Johann Friedrich Wilhelm von Möffling war ein preußischer Generalmajor und Chef des Infanterieregiments Nr. 49. Leben. Johann Friedrich Wilhelm war der Sohn von Karl Friedrich von Möffling, Major im Altenbürger Landregiment und Ritter des Johanniterodens. Und dessen Ehefrau Anna Dorothea, geborene von Zelzer aus dem Hause Eckstedt, Möffling war ab 1755 zunächst Junker beim Leibregiment in Gotha. Am 3. März 1758 trat er in preußische Dienste über und wurde im Infanterieregiment Nr. 3 angestellt. Mit dem Regiment nahm Möffling während des Feldzuges 1758, 63. an den Schlachten bei K. Lignitz, den Gefechten bei Adelsbach und Leutmannsdorf sowie den Belagerungen von Dresden und Schweidnitz teil. Zwischenzeitlich war er am 10. Mai 1761 Second der Leutnant geworden. In den Nachkriegsjahren stieg er bis 2. Februar 1776 zum Kapitän und Company-Chef in seinem Regiment auf und wurde am 8. Dezember 1786 schließlich Major. Als solcher nahm er im Jahr darauf am Feldzug in Holland teil. Hier kommandierte er das Fusilie-Bataillon von Langele Nr. 17 und wurde für das Gefecht bei Amstilwen am 1. Oktober 1787 mit dem Orden Pur-le-Merit ausgezeichnet. Am 20. Januar 1789 wurde Möffling Chef des Fusilie-Bataillons von Wilhelmi Nr. 18, mit dem er im Feldzug 1792-5und-90. gegen das revolutionäre Frankreich kämpfte. Er kam bei der Kanonade von Wemmi, der Schlacht bei Kaiserslautern sowie den Gefechten bei Walteilgesheim, Weidenthal, Edinghofen, Pallenberg und La Lune zum Einsatz. Während des Feldzuges wurde ihm als Oberstleutnant am 12. September 1794 DK Sekunden Kommando über das Infanterieregiment von Kleist Nr. 12 übertragen. Ein Jahr nach seiner Beförderung zum Oberst übernahm er am 4. Januar 1796 DK Sekunden Infanterieregiment von Tadden Nr. 3, in dem er seinerzeit seinen Dienst in der preußischen Armee begonnen hatte. In Anerkennung seiner Verdienste während des Feldzuges gegen Frankreich wurde Möffling Anfang März 1797 zum Amtshauptmann von Spandau mit einer jährlichen Zulage von 500 Talern ernannt. König Friedrich Wilhelm III. übergab ihm schließlich am 2. Oktober 1800 DK Sekunden Infanterieregiment von Schönfeld Nr. 49 und ernannt Möffling am 20. Mai 1801 mit Patent vom 9. Juni 1801 zum Generalmajor. Bei der Mobilmachung 1806 gehörte Möffling mit seinem Regiment zum Chor Hohenlohe. Im gleichen Jahr wurde er während der Schlacht bei Jena schwer verwundet und verlor dabei ein Auge. Nach der preußischen Niederlage brachte man ihn nach Schlesien, wo er zwei Jahre später an seinen Verletzungen verstarb. Möffling hatte 1774 Christiane Charlotte Wilhelmine von Borschilden geheiratet. Aus der Ehe gingen folgende Kinder hervor. Philipp Friedrich Karl Ferdinand, preußischer Generalfeldmarschall. Franz Karl Leopold, Wilhelm, preußischer Generalleutnant. Luise Johanna Wilhelm de Mine Juliane, Josefa Luise Caroline Henriette.